Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded's. So, was ist passiert zwischen der letzten und dieser Folge? Zum einen, ich habe die Larve. Die war direkt hier vorne am Ameisenbau und die Chance habe ich halt ergriffen. Ähm, zudem konnte ich unsere Konstruktion hier testen. Denn Wolfgang war hier und es ist, wie ich mir das gedacht habe. Wolfgang geht auf diesen Stein, ich habe ihn mit einem Pfeil angeschossen. Dann geht er auf diesen Stein und springt von dort hier rüber. So, normalerweise kam er immer hier rauf, aufs Fundament. Jetzt hängt er allerdings, ich hoffe die sehen mich jetzt nicht. Ähm, naja doch, die sehen mich. Er hängt jetzt immer hier vorne an diesem Stück Stein fest, kommt aber nicht rüber. Sobald er nochmal springt, fällt er runter. Also das mit der Konstruktion hat schon mal sehr gut hingehauen. So, jetzt müssen wir noch einmal die Taschen aussortieren. Dann bringen wir Burke noch kurz den Chip und gucken, was der für Aufgaben für uns hat. Ähm, es kann ja sein, dass irgendwas dabei ist, das wir quasi sowieso unterwegs machen. So, Töte fliegen zum Beispiel. Da kommt eine Fliege und wir wollen die sowieso hinraffen. Ähm, das heißt, wir werden da einen kleinen Abstecher machen. Vielleicht hat er ja die eine oder andere Aufgabe für uns. Können wir hier noch irgendwas aussortieren? Ähm, nö, der Rest muss mit. Und wenn wir Burke sein Chip von dem Ameisenbau gegeben haben, den wir da gesehen haben, dann gucken wir einmal zu der Mauer hin, ob wir mit dem Krawumms, das können wir jetzt auch herstellen, ob wir die Tür aufkriegen, ob der Bratwumms dafür ausreicht. Ne? So, müssen wir ja an eine Werkbank, den können wir so nicht herstellen. Ähm, Bratwumms. Wieso? Ja, es ist noch etwas passiert zwischen den Folgen. Und zwar, ich war gerade hier oben, dann kam ein großes Bratwumms. Hier war alles voller Matscher. Und hier war eine Ameise. Unser Hai ist geschlüpft. So, das heißt, wir holen uns ganz schnell ein neues Ei aus dem Ameisenbau und gehen dann zu Burke. Aber das schaffen wir. Das sollte zeitlich alles soweit ganz gut drin sein. Auch, dass wir die Ziele, die ich mir für diese Folge vorgenommen habe, dass wir die auch erreichen. Ja, ich bin ja, sonst habe ich ja immer ein bisschen Größenwahn. Will ja mehr als möglich, aber diesmal sind wir da optimistisch. Servus. Aber man muss nur nett grüßen und angezogen sind wir ja auch wie die, also wir sind jetzt Teil der Familie. So, wir brauchen ein neues Ei. Der Weg ist frei. Oh, 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 das ist ein großer Ei. Das war der Rote. Er ist da lang gelaufen. Oh Gott. Ich komme hier tatsächlich hinterher. Ähm, wir gehen direkt zu Burke. Wir verstecken uns nicht in der Base. Oh, hier einmal runter. Licht brauchen wir nicht mehr. Oh, kacke. Oha. Okay, keine Ausdauer mehr. Gut, dann müssen wir die fertig machen. So, die andere läuft weg. Die hat Angst. Die haben wir fertig gemacht. So, wir legen uns einmal das Essen auf die sieben. Denn ein bisschen Heilung würde nicht schaden. Und falls wir auf dem Weg zu Burke ein paar Rüsselkäfer finden, äh, die machen wir kalt. Ich nehme mir immer vor, ein Rüsselkäfer-Schild zu machen und irgendwie haue ich die immer auf den Grill und esse die. Also ich habe vier Dinger zusammen und packe drei auf den Grill. Und dann denke ich so, ah, nein, mein Schild. Da war ja noch was. So, aber dieses Mal nicht. So. War hier noch einer? Nee. So, dann gehen wir von hier aus weiter Richtung Burke. Vielleicht sehen wir ja noch den einen oder anderen unterwegs. Hm, das sieht aber mau aus. Äh, laus. Können wir auch mit. Können wir auch auf den Grill hauen. Ist da oben, ist das ein Kierk... Nee, ist nur Dreck. Das ist nur Dreck. Zuhause durch den Garten gehe ich übrigens auch immer mit der Axt, ne? Da kämpfe ich mich auch immer durch ein Unkraut-Dickicht. Ah, alles kurz und kleiner und da gibt es nichts von wegen drumherumlaufen. So. Manchmal nehme ich auch die Machete, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu männlich. Äh, da bleibe ich bei meiner kleinen Axt. Kein Käfer mehr, das ist ja enttäuschend. Hier haben wir aber noch Saft, den können wir gleich mal trinken. So, das war lecker. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass Wolfgang hier nicht umherstreift. Nicht, dass der wieder tagsüber unterwegs ist. Oh. Weil? Äh, wo war denn der Eingang? Bei Burke? Dann müssen wir hier noch rechts um die Ecke, ne? Ich glaube hier... Nee, da sind die Spinnen. Ah ja, genau. Hier lang. Ich dachte, ich habe einen russischen Käfer gehört. So. Einmal Burke seinen Schiff bringen. Und dann geht es weiter. Burke! Burke! Ich will ihn doch. Der pfeift doch hier rum. Burke! Burke, ich habe was für dich. Hier habe ich im Ameisenbau gefunden. Da haben die Ameisen einfach geklaut. Aber mehr kann ich jetzt nicht mit dir reden. Ich habe mir viel vorgenommen und das kostet mich zu viel Zeit. Du, du sabbelst so viel. Oh, Schokolade. Oh, Verbände. Äh, das kann hier bleiben. Habe ich noch gar nicht mitgenommen gehabt. Wo war denn hier der Computer? Da. So, einmal die Quest. So, Sprühflaschengipfel. Kleber entschieden. Das kriege ich hin. Ratnetspinnen töten, das kriege ich auch hin. So, was haben wir hier noch? Was können wir uns kaufen? Flaschenverbesserung. Das brauche ich. Ah, jetzt kann ich mir gar nichts mehr kaufen. Weise Entscheidung. Das erste, was mir ins Auge sticht. Ist auch besser, als wenn man sich da alles durchliest. Und nachher kauft man noch irgendwas Sinnvolles, was man wirklich gebrauchen kann. Also. Wedes klicken, ne? So, der erste Eindruck entscheidet. Gut, dann gehen wir jetzt einmal zur Werkbank. Bauen unseren Bratwumms. Und dann ziehen wir weiter zur Mauer. Die Mauer. Yep. Ich würde hier echt gerne so achteckige Häuser vielleicht von Kleeblatt zu Kleeblatt miteinander verbunden. Ich stelle mir das halt mega schön vor. So tropisch, wie im Urlaub. Würde ich echt gerne noch machen. Aber wir sind ja noch ein paar Tage hier. Also wir werden ja noch ein bisschen Zeit in dem Spiel verbringen. Dann sollten wir das eigentlich hinkriegen. So, wir packen erstmal alles rüber. Das brauchen wir nicht. Äh, da wollen wir gleich bauen. Brauchen wir auch. Das kann weg. Das kann weg. Brauche ich, brauche ich, brauche ich. Das packen wir auch rüber. Die Kiste ist schon gleich voll. So, da packen wir... Tja, wenn ich die wieder esse, dann finde ich wieder zwei Käfer. Aber wenn es abläuft, habe ich auch nichts gewonnen. Bratwumms. Dann haben wir den hergestellt. Mal gucken, wie der scheppert. Ich bin Dynamit. Ich bin Dynamit. Ich bin Dynamit. Oh, ich bin daneben gesprungen. Ich bin Dynamit. Ich bin Dynamit. Ich bin Dynamit. So. Ich hoffe, wir haben zwar ins Quest fünf Radnitzspin töten. Aber eigentlich hoffe ich, dass die da hinten jetzt nicht neu gespawnt ist. Das würde mich minimal stören. Die lasse ich jetzt auch in Ruhe. Die springt sowieso wieder ins Wasser. Das ist ja die kleine. Die ist irgendwie ein bisschen doof. Die kann nicht schwimmen und springt trotzdem rein. Und das zählt für mich nicht als Kill. So. Einmal vorsichtig gucken hier. Okay. Dann können wir auf unser Expeditionsgerüst. Ne Kai, der Käfer. Bitte lass mich in Ruhe. Der hat mich nicht gesehen. Oder er hat keine Lust auf mich. Da bin ich aber auch mit konform. Muss hier ja nicht durchgehend Stress mit den Tieren haben. Das alles nur bei Jochen hier mit seiner Familie. Der schwätzt ja immer auf den Familienfäden. Der hat erzählt, dass wir ein bisschen... Aua. Ein bisschen Clinch haben. Und seitdem sind alle sauer auf mich. Das hier nochmal rüber. Also. Ich meine, das ist ja nur so hingeschmissen eigentlich. Das ist ja jetzt hier nichts besonderes. Aber. Es erfüllt seinen Zweck. Und irgendwie ist es schon geil. Nein. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Das ist ein bisschen doof. Okay. Aber wir kommen zurecht. So. Erstmal. Ich habe nur den einen Bratbums. Falls ich das jetzt verkacke hier. Habe ich jetzt gespeichert oder bin ich auf Laden gegangen? Gut. Nochmal von vorn. Bratbums haben wir dabei. Haben wir dabei. Okay. Da habe ich mich ein bisschen verklickt. Aber glücklicherweise sind wir hier vorne rausgekommen. Oh. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. So schön so vor. Wie lange sind wir jetzt hier? So Anfang der Folge. Bis zum Anfang der Folge. Erstmal schön zurück. Alles nochmal auf Anfang. Hätte ich euch natürlich nicht angetan. Dann hätte ich geschnitten. Aber. Das wäre ja jetzt ärgerlich gewesen. So. Eben war sie nicht hier. Und jetzt ist sie auch nicht hier. Dann gehen wir nochmal auf unser Expeditionsgerüst. Weil es so schön war. Machen wir es gleich nochmal. Oh Mann ey. So. Und hepp. Und. So. Diesmal ohne Kopfstoßen vielleicht. Ja. Nicht ganz. Aber. Dieses Mal speichern. Speichern. So. Und dann können wir das hier nämlich überschreiben. Ja. Das sieht doch schon ganz anders aus. Und wenn ich jetzt Kacke mit dem Bratwumpf mache. Dann können wir einfach hier wieder nach vorne gehen. So. Wie läuft denn das? Ja. Mal ausrüsten. Ich habe ja noch nie was in die Luft gesprengt. Achso. Ne. Ne Hand nehmen. Äh. Au. Oh. Das war knapp. Aber es hat funktioniert. Nice. Ähm. Das ist aber ganz schön dunkel hier drinnen. Oha. Was denn hier passiert? Was ist das? Okay. Was haben wir hier? Ein Bären-Amulett. Cool. Ach. Hier ist nur eine Bäre. Dann ist das ein Stück B. Achso. Hier ist eine Bäre kaputt gegangen. Da komme ich nicht hin. Zumindest nicht von hier, ja. Aber da hinten ist ja eine Tür. So wie es aussieht. Und die ist offen. Okay. Aber da komme ich nicht durch. Oh. 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 Schleifsteine. Höchste Panzerung. Cool. Das nehme ich mit. Ich freue mir. Was ist das? Knallfzange. Das soll dieses Ding sein. Okay. Kann man hier sehen, wie stark die ist? Das ist jetzt, äh, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es ist schon, es ist schon wesentlich mehr als der Speer jetzt, ne? Aber ich dachte, der ist so in dem Bereich. Aber vielleicht kann man die ja auch noch verbessern. Das weiß ich halt nicht. Ich weiß es nicht. So, ist hier noch irgendwas drin? Die Kneifzange. Haben wir nichts, was wir anmachen können? Okay. Und das war ja auch nur der eine Gang hier, ne? Ob es hier noch so einen Eingang gibt? Wenn, wenn... Wir gehen hier links so. Da ist ja noch ein Labor. Optisch. Da ist ja noch ein Labor. Dann könnte ja sein, dass da, äh, irgendwo noch ein Eingang ist. Okay, warte mal. Wir speichern das Ganze nochmal. Guck mal. So. Die Wunderwaffe. Jetzt verprügeln wir mal einen Käfer. Und gucken mal, was die wirklich aushält. Oder was die anrichtet. Welche überdimensionellen... Überdimensionellen Schäden sie anrichtet. Ich bin enttäuscht. Oh, was war denn das? Oh, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Okay, also ich hab's mir... Ich hab's mir stärker vorgestellt. Auch dieser Blitz, der macht gar nicht so viel, oder? Aber doch, war schon okay. Also es ist auf jeden Fall stabiler als mein, äh, Speer, den ich habe. Hier kriegst du nochmal einen Backpfeife und links und rechts und ein auf den Kopf hier. Ihr Tiere habt keine Chance mehr gegen mich, mh. Okay, reicht auch schon wieder? Äh, ja, schön. Hab ich mir noch besser vorgestellt. Also noch stärker, aber ist schon in Ordnung. Also ich möchte jetzt nicht meckern. Ich bin ja nur... Half-Life, ne? Normalerweise wäre ich ja tot. Da muss ich ja ehrlich zugeben... Das hätte ich mit meinem Speer jetzt auf... Denn ohne Blocken, ohne alles nicht geschafft. Dann bin ich doch eigentlich schon recht zufrieden, ne? So. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben ja noch Zeit. Wir waren jetzt bei Burke. Wir haben die Zange. Die wollten wir unbedingt haben. Dann können wir ja nochmal gucken, ob wir vielleicht einen Knochen für den Blasenhelm finden. Und eine Kleinigkeit snacken jetzt an der Basis. Äh, damit wir unser Leben wieder ein bisschen auffüllen. So. Da lodert noch das Feuer. Na schön. So. Die sind fertig. Ich nehme erstmal nur zwei runter. Gut. Jetzt... Oh. Jetzt wird es wichtig. Also das kommt erstmal in die Kiste. Das. 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 Ähm... Das können wir da auch noch mit reinpacken. Das ist auch wichtig. Wollen wir auch behalten. Äh... Bären-Amulett. Ein Stück einer grotesken Bäre, die scheinbar die angeborene Kraft verfaulter Waffen zum Vorschein bringt. Verfaulter Waffen? Okay, ich verstehe es noch nicht ganz. Da muss ich mich mal schlau lesen, was das bedeuten soll. Ähm... Der Rest kann eigentlich erstmal bei uns bleiben. Achso, nee. Es gibt eine Sache, die möchte ich jetzt unterwegs nicht verlieren. Und zwar wäre das diese Zange. Wo ist hier hin? Ähm... 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 Nicht dein Ernst? Ah! Okay, oh Gott. Ich dachte schon. Ich hatte schon Schiss. Achso, äh... Wir können noch was da reinpacken eigentlich. Und zwar... Machen wir uns mal nackig. So. Und dann können wir die Rüstung hier noch... Hm... Okay, ähm... Den Helm. Und das. Den Rest nehmen wir mit. So, Kiemrohr ausrüsten. Kopf. Wunderbar. Habe ich Schwimmflossen? Nee, ne? Mir fehlen ja noch die... Flossen. Zwei habe ich. Zwei brauche ich noch. Okay. Dann machen wir uns einmal auf die Suche... ...nach ein paar Baumwanzenflossen. Nee. Warte, was sind das für Wanzen? Mh... Kalle Karpfen ist wieder unterwegs. Ich weiß halt nicht. Also bis jetzt hat der mich ignoriert, ne? Aber ich will es halt auch nicht riskieren. Mh... Ich gehe erstmal ins Wasser. So, wo ist Kalle Karpfen? Oh scheiße, er kommt. Oh scheiße, er kommt. Ja, da wollte ich eigentlich runter. Okay, dann bleibe ich erstmal hier so ein bisschen am Rand. Ich hoffe einfach, dass er nicht hierher kommt. Dann holen wir uns erstmal ein bisschen Nahrung. Komm her, hier. So, und jetzt brauchen wir noch Käfer. Mh... Selbstverständlich sind hier wieder keine zu sehen. Ah, das ist so frech. Also wenn ich das gleiche Glück wieder mit den Knochen habe, dann... Eine endlose Mission. Okay, hier ist nur eine Kaulquappe. Eine Spinne. Ich habe bald keine Luft mehr. Da ist ein Käfer. Ah, Mist. Ich brauche nochmal Luft. Das wird sonst ein bisschen zu knapp. Äh... Schneller. So. Spinne. Käfer. Oh. Der frisst. Cool. So. Den haben wir. Der hat uns auch nochmal ein bisschen Sauerstoff geschenkt. Äh, den Ton bauen wir jetzt nicht ab. Ist das Spinne oder Käfer? Spinne. Okay, haben wir hier noch einen Käfer? Da unten ist der Karpfen. Der Fisch. Hm. Okay, einen Käfer sehe ich jetzt nicht. Vielleicht wollen wir wieder auftauchen. Schnappen uns hier nochmal ein bisschen Luft. So, wo kommt sie? Oh, daneben. Das ist jetzt aber nicht gut. Okay. So, die Luft haben wir. Die Lungen sind aufgepumpt mit Sauerstoff. Also können wir den Druck auf den Ohren widerstehen und uns in die Tiefe der Meere begeben. Hm. Und wieder kein Knochen sehen. Ton. Und hier ist es halt so dunkel. Und ich habe mal wieder keine Lampe. Und mein Feuerhahn-Fackel ist nicht wasserdicht. Oh. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich sehe jetzt hier gar nichts auf Anhieb, ne? Auch keine Schuppe. Das kommt mir auch irgendwie dunkler vor als letztes Mal, als ich hier unten war. Nein. Oh, das war knapp. Ja. So. Wir tauchen nochmal ab. Hier muss doch irgendwo ein Knochen für mich sein. Oder vier. Mit vier wäre ich auch zufrieden. Hm. Hier ist halt gar nichts, ne? Hier haben wir noch ein paar Steine. Wir vorbeeren hier ein bisschen über dem Boden. In der Hoffnung, dass uns irgendwas angezeigt wird. Aber... Das sieht jetzt schlecht aus, möchte ich meinen. Jetzt brauchen wir wieder Luft. Oh, das könnte wieder knapp werden. Ja, 15 Sekunden. Okay, hat gereicht. Dann gehen wir gleich wieder runter. Vielleicht zumindest, dass wir hier einmal das abgucken, wo wir was sehen können. Tja, hier ist nix. Nee, das ist nur Pflanzenreste oder sowas. Naja, ich würde sagen, ich gucke jetzt hier vergebens. Hier wird, glaube ich, nix sein. Zumindest nicht da, wo ich sehen kann. Bevor wir jetzt hier ewig weiter suchen. Vielleicht suche ich die Knochen mal alleine? Ich weiß nicht. Damit ich überhaupt eine Möglichkeit habe, hier abzutauchen mit euch. Und ihr hier nicht jedes Mal bei sein müsst, wenn ich hier rumtauche, erfolglos. Oh, das war nicht gut. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Äh. Ja. Wenn ich laden würde, wo würde ich da? Würde ich hier laden? Ah, wir nehmen es mit. Lade ich eigentlich jetzt da, wo ich schon ersticke? Nee. Oder ich mache mal eine Lampe oder sowas. Eine Schleimpilzlampe. So, dass man eine kleine Möglichkeit hat, da unten was zu sehen. Aber ich habe auch keine Gesundheit, ne? Komme ich noch nach oben? Bin ich schneller als die Spinne oder lässt sie mich schon in Ruhe? Okay, das war nix. Ach, so. Gut, eine Kleinigkeit essen. Ja, was machen wir? Lampe bauen? Brauche ich Schleimpilz, ne? Schleimpilz. Finde ich den bei Burke? Da ist ja auch eine Höhle unten. Ich würde sagen, ich hole noch mal einen Schleimpilz. Und wir treffen uns hier wieder. Gucken dann morgen noch einmal in den Tiefen der Meere, ob wir vielleicht nicht doch noch eine finden würden. Ein paar Knochen, eine Schuppe. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dahin, macht's gut. 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 Bis zum nächsten Mal.